Hallo Leute, willkommen zurück. Heute möchte ich einen kleinen Klasse 1 Vulkanvergleich machen. Und zwar einmal zwischen den Megalights von Komet und dem Leuchtfeuer von Komet aus der Blackflex-Serie. Da sehen die Klasse 1 Leuchtfeuer-Vulkane aus. Umgelabelt. Ist ganz gut. Die NEM beträgt hier 3 Gramm. Hier Megalights-Vulkan. Ebenfalls umgelabelt. Und die NEM beträgt hier ebenfalls 3 Gramm. So, ok. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Test. Bis gleich. Nächster Vergleich zwischen dem Klasse 1 Vulkan, zwischen dem Leuchtfeuer und dem Megalights von Komet. Wir fangen an mit dem Leuchtfeuer. Komet. zu lösen. Die NEM. Das ist der weniger Leucht. Jetzt kommt die NEM. Und den Kling. Die NEM ist der NEM. Das ist die NEM an der NEM. Dann geht es nicht. Und dann geht es um so schlau. Dann geht es um sie und ich will. Und dann geht es um die NEM. Dass ich die NEM. Dann geht es um die NEM. Untertitelung des ZDF, 2020